In das Suchfeld einen Anzeigenarmen eingeben und aktivieren Sie die Suche. Das Paneelterminal in die Bibliothek gehen und dann auf die Seite anzuzeigen und die lineare Regressionindikator herunterladen. Oder ein weiterer Indikator. Gehen Sie zur Seite, rechte Maustaste Pop-Up Menü aufrufen und den Download-Befehl zu aktivieren. Warten Sie, bis der Fortschrittsbalken im Setup-Dialog fällt, um die Auswahl zu übernehmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017